Laura Bilgari rockt Los Angeles. Gerade hat die 20-jährige Vorarlbergerin eine Rolle in einem großen Spielfilm bekommen. Dort ist sie unter anderem mit einem echten Tiger am Set. In Hollywood hat sie auch schon viele Stars kennengelernt. Unter anderem saß einmal Lionel Richie neben ihr im Starbucks. Auch am Strand von Malibu Beach hat sie schon den einen oder anderen Prominenten kennengelernt. Seit sie mit 13 Jahren beim Dreh von Der Atem des Himmels mitgewirkt hat, wusste Laura, dass sie Schauspielerin werden will. Nun ist sie auf dem besten Wege in die A-List der Top-Schauspieler zu kommen.